Hoi Leute, es tut mir wirklich sehr sehr leid, dass wir jetzt erst so spät einschalten, weil meine Festplatte war voll. Ja, jetzt hat es natürlich die erste Aufnahme ein bisschen weggeschossen und jetzt steigen wir ein. Einfach in die zweite Halbzeit. Wie ihr seht, ich führe mit 13 zu 0 gegen Inter Mailand. Okay Leute, viel Spaß wünsche ich euch, wir legen jetzt los. Da. Oh nein. Oh, da ist er durch. Yeah. Es läuft wieder super Leute. Gate, gate, gate. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie ziehen den Konter perfekt auf. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut Wolf, das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Möhler, das muss es auch sein. Ja. Schön. So Leute, 15 zu 0 haben wir schon. Ja, die armen Inter Mailander, die sind jetzt komplett traumatisiert, die armen. Das ist furchtbar. Tut mir so leid, aber natürlich machen. Gefressen oder gefressen werden. Ist ja so. Sie liegen deutlich vor, bis hierhin ist es eine klare Nummer. Jetzt da komm, super. Ja, da ist Lewandowski. Lewandowski mit der Chance. Ah, ah, ah. Ohne Worte. Schön. Super. Krass. Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das Ding. Ich sage keine Frage. Schöne Sache. Keine Strasse. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können. Irgendwie. Auch dieser Ball kommt an. Jetzt ein Lauf, 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 komm. Stark gemacht, das könnte was werden. Und es wird auch was. Ja, abgemacht. Yeah. Wie sich die Jungen freuen. Ja. Bamm. Oh, schön. Sehr, sehr schön. Ganz toll. Da guckt der Trainer, ne? darf einiges einstellen. Wir sehen ja, er brodelt. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. So, jetzt ein Lewandowski. Du machst das. Yeah. Hier ist echt der Torkeller. Das ist der Wahnsinn. Hey, was der da abzieht. Oh nein. Ah, okay. Irgendeiner hat sich, glaube ich, verletzt, ne? Poretzka, oder war das ruhig? So, und jetzt ein neuer. Also nicht Manuel Neuer, sondern ein neuer Fußballer, ne? Das muss man richtig verstehen, ja. Okay, die tauschen sich auch gleich aus. Ah, Pereschi ist rausgegangen. Okay. Gut. Erneut so ein hervorragender Pass. Müller. Jetzt, wenn du machst, jetzt komm. Ja, da ist Lewandowski. Jetzt ist er durch. Ja. Lewandowski. Herrlich. Macht Spaß, hier zuzuschauen. Brillanter Spieler. Und die Technik, die hat er natürlich auch. Oh Mann, das war jetzt so, so, so schön, ey. Und, zack, Trini. In der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Sie liegen deutlich vorn, bis hierhin ist es eine klare Nummer. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Sieht vielversprechend aus. Ach, was hier. Oh, super Manuel, hast du gut gemacht. Komm, weiter. Eta. Oh, das wird echt Glück, Sache. Aber Trini ist Trini, jetzt sage ich immer wieder, wa? Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Jetzt hat Lewandowski, komm, lauf, wieder schön. Seht gut aus, Lewandowski. Da ist er alleine durch. Ja, das ist ein fantastisches Tor. Den schieb er flach rein, ganz überlegt. Yeah. Da freut sich jemand, ha? Der hat den Klasse ins untere Eck versenkt, Busy. Ja, und den wollte er genau dahin haben. Dominante Vorstellung heute, sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. So, Jelzer, komm. Ja, da ist Lewandowski. Gefährlich jetzt. Und, war gefährlich. Hahaha. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Zack, Trini. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr wollen. Schaut euch das mal an, Wahnsinn. Super. Ja, super. Ja, Zufelsicht sieht anders aus. Seine Miene passt zum Spielverlauf. Heute geht wenig bis, ja, gar nichts. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Ja, Mann, wir sind da das Spiel. Jetzt ist er auf und da vorn macht er das Tor. Hahaha. Ja, er macht ihn. Hahaha. 23-0, ich glaube, ich spinne echt. Ja, das hat er ganz gut gemacht, ne? Sie liegen deutlich vorn, bis hierhin ist es eine klare Nummer. Und leider hopp, 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 hopp. Sieht gut aus, Lewandowski. Da ist die Chance. Was für ein Tor. Hahaha. Hahaha. Oh, Mann. Moment, wer muss ausgetauscht werden? Ja, okay. Sané muss raus. Oje, warum macht's weiter denn? Geht's ihm nicht gut, oder was? Boah, aber der ist so fit, der Lewandowski ist der Wahnsinn, echt. Okay, tschüss, Sané. Ruhe dich schön aus. Nächstes Mal, bis ihr wieder fit. Und dann machen wir weiter. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Die Bayern im Vorwärtsgang. Gute Chance. Und Rene. Da hat es das Tor. Und an diesen Flachschuss kommt der Torhüter nicht mehr ran. Marc Rocker, kenn ich gar nicht. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt. Und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Nein, echt coole Sache, Leute. Schön. Das war echt schön. Ist schon aber ganz freundlich, nett aus, ne? So, jetzt. Lauf jetzt. So geht es. Und wieder das gleiche Spektakel hier. Ja, haben wir schon mal gesehen. Der ist gefährlich, der Mann Rocker. Der ist sehr aggressiv, ne? Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. So, jetzt soll jeder mal ein Tor machen. Jeder darf mal vor. Komm. Die vorwärts. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Yeah. Oh nein, du Arme. Das tut mir so leid. Sorry. Das war echt keine Absicht. Sorry. Weil so enttäuschte Arme wegen dir. Es tut mir so leid. Oh Mann. Frühe stören jetzt. Ja. Der Meiland verliert den Ball. Er kann das machen. Was habe ich jetzt da gemacht? Halt. Oh nein, jetzt habe ich einen Auswechsel verpasst. Scheiben, Kleister. Brozovic. Erichsen jetzt. Stark von Jerome Boateng. Lewandowski. Das war sehr gut. Yeah. Der Torkiller hat wieder zugeschlagen. Wahnsinn. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Da ist er vorbei. Da muss er energischer hingehen. Was macht er draus? Keine Diskussion. Er ist hier klein abseits. Oh nein, jetzt wollte ich was Gutes ihm tun, dass er auch mal ein Tor schießt und am Assisten passiert gar nichts. Schade. Gut. Thomas Müller. Das ist Lewandowski. Gefährliche Szene. Er pariert, aber der Ball bleibt. Ja. Ha ha ha. Treffer zählt nicht. Warum? Da ist die Fahne oben. Gut gesehen. Oh, abseits schon wieder. Na, ich bin jetzt schon wieder verdammelt. Schünf Minuten haben wir doch. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Oh, Melo. Nein. Klasse Chance jetzt. Schön geklärt. Aber echt. Jetzt komm, Lewandowski, du machst es. Ich hab jetzt Luftchen vor. Oh, da wäre jetzt Platz. Yeah. Kommen für die Bayern. Yeah. Ha ha. Ha ha. Das ist eine Siegerpose. Ja. Probiert ihr die Macht hier. Noch mal das Tor in der Wiederholung. So müssen Remi Demi. Ha. Und. Und hier sehen wir. Drinne. Der einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Uhr. Den Ball ganz cool im Hintergrund da zurück. Drinne. Schön. Ha ha. Ha ha. Super. Okay, Leute, jetzt ist ihr gleich Feierabend. Ja, Feierabend. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Super. Boah, Leute, das ist so krass. Wenn du dir mal überlegst, hier, was haben wir jetzt? Wenn der Ergebnis, ich glaube, 28-0, ne? Da, die haben Infiliere, echt. Yeah. Ja, da ist Lewandowski. Da, wie der Lusch bändet und bam, haut er das Ding rein, ja? So schön, echt krass. Ja, war unhaltbar. Einfach sehr guter Platz. Ja, ha, ha. Wow, so toll. Super. Okay, Leute, das reicht jetzt. Oh, Mann, Mann, Mann. Okay, Leute, wir sind jetzt am Ende angekommen, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt noch mal kurz, was auf dem Plan steht. Ach, da, schaut euch mal das Ergebnis an. 28-0. Hahaha. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen krass, ne? So, wie geht es jetzt weiter? Ja, äh, okay, wir schauen jetzt mal als nächstes auf dem Spielplan. Steht. Ja, immer noch im Viertelfinale sind wir, ne? Jetzt, äh, Madrid und Chelsea sind dann wieder dran. Ah, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, na gut, Leute, dann sind wir, wie gesagt, am Ende angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr mich natürlich liebend gerne abonnieren und Glöckchen drücken. Bitte nicht vergessen, dann werdet ihr mal schön benachrichtigt, sobald ich wieder so ein neues für euch hochgeladen habe. Ja, ansonsten, was wollte ich noch sagen? Äh, ja, hier geht es natürlich weiter. Ihr müsst nur einschalten, Leute, ja? Okay, ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute. Pass auf euch auf. Bleibt anständig und vor allem sauber. Das heißt auch, bitte die Axtlölen marschen. Danke, bis bald. Tschö, papa.